Da sind wir auch schon wieder zu The Last of Us. Ich habe gerade ein Controller-Problem so ein bisschen. So. Mikrofon. So, das Mikrofon steht. Oh, ich habe den Zaun ein bisschen... Ach nee, doch nicht. Aha. Gibt es ja wo essen? Das wäre doch mal nett. Stopp, ist da was? Ah. Ich werde mal mitnehmen. Das Buch auch. Molotows verbessern. Aha. Hallo. Da hinten seid ihr hier. Spackus. Bleibt mal stehen. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen Sie immer wach. Ich habe meine Pumpgun. Habe ich da nicht Munition mit meinem... Ne, habe ich nicht. Schade. Ich nehme mal den Revolver mit. Mann, sind wir nicht mehr alleine. Wir haben jetzt die schwarze Gang hier. Wir sind jetzt die Westside Gang. Sure, Digga. Wir machen die alle. Wir werden sich nie wieder mit Westside anlegen. Jetzt sind wir die schwarze... Wow. Ein Spielzeugladen. Ich höre, das ist Ostside, Mann. Die machen wir alle. Ja, ich habe sie auch noch. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du denn? Gar nichts. Was sagt er mit? Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Aber so Spätzeug, das brauchen wir, Mann. Ich will Spätzeug. Ich kriege die Rollerschuhe haben, dann kann ich mit den Rollerschuhen hier rumfahren. Oh, das ist Dreirad. Ich mache Ableckungsmanöver mit Dreirad. Ich fahre raus und fahre im Kreis um das Auto. Das wäre so geil. Shit. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, bleib bei ihr. Okay. Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Ah. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Mit dem Revolver? Oder mit der Pistola? Aber nur einen Schuss. Oh, verdammt. Er hat eine scheiß Knögel. So. Dann mal los. Pam. Ich schwöre, der schlägt zu mich, ne? Punch. Aschkopf. Ich schwöre, der schlägt mich einfach, ne? Wir nehmen mal hier das Rohr mit. Hat er vielleicht was dabei? Oh ja. Jetzt kommt wieder ein bisschen hier mit dem Jagdgewehr schön zielen. Genau. Das verfolgt ihr mich? Schwuchteln. Oh oh. Oh verfluchte. Jetzt schon. Mistkerl. Ist da noch einer oben oder zwei? Einer. So. Das war's mit den beiden. Drei Schuss, zwei Treffer. Muss das sein. So und nicht anders. Ich hab nen Schlüsselmann. Egal. Mach mal auf die Bude. Durch die Tür. Ist das wirklich sicher? So nah bei Ihnen? Ich hab nen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Sweet 3000. Komm hier durch. Schöne Bude. Wie alt bist du? Auch so. Er weiß nicht. Oh du bist 14. Feinah. Könnt ja mal ein Date machen. Okay. Sehr klar. Das ist aber eine männliche Stimme mit 13. Wir sind da. Hör mal auf da. Hab nicht die ganzen Tag Zeit. Ich muss noch einkaufen. Munition und so. Hey, ist das dein Büro? Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, 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 halt. Ich hab noch einen. Wow. Ich kann es gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Oh, das ist echt spannend, ohne Witz. Aber die zwei sind... Ich mag die zwei. Die sind irgendwie cool. Hast du das schon mal gemacht? Äh, ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ah, Modell. Hier lang. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Ich hab ja meine Lampe auch. Ich geh mit meiner Laterne. Meine Laterne geht mit mir. Ja. Au. Haha. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme hier nach. Hey. Alles klar? Ba-dam. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Bam, 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 bam. Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Ninjas. Wir sind Ninjas. Da ist ein Zombie draußen. Okay, Kumpel. Wo lang? Versteck mich hier. Ich geh nicht raus. Da sind noch mehr Infizierte draußen. Bam, 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 bam. Muni, Muni. Aber da ist keine Muni dabei. Okay. Okay. Hm. Also wenn wir jetzt da rausgehen, sind wir auf jeden Fall tot. Hey, hörst du? Quicker. Ja, ich schür. Aber ich sehe es. Ah, wo ist es? Zehn. Hau ab. Moment. Da drüben. Da. Ah, da kommt einer. Meine Chance. Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Noch geht's uns gut. Ich hab noch Mut. Wie viele Gegner sind denn da so? Eins. Zwei. Mehr nicht. Da oben ist sicher böse. Ich warte jetzt auf den richtigen Moment. Ich will jetzt da nicht vorbrechen. Ich müsste versuchen, den unten irgendwie zu kriegen, ohne dass ich aufmerksam erringe hier. Ich müsste aber noch mal warten, bis dann noch mit einer Runde geht, quasi. Denn oben könnte ich eigentlich so einen Headshot geben, aber es ist mir zu riskant. Und jetzt dreh dich. Ich werde hier sind. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Ja. 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 Vielen Dank.